Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sparen wir auch ein bisschen LOL mit dem Niko. Hi! Hi! Akali, oh mein Gott! Jawoll! Let's go! Leona, Jungle? Ernsthaft? Oh no! Ich will ein kleiner Hund, what the fuck. Lul. Spätestens ab Level 6 dürfte ich eigentlich die Bumsen. Ender Dude. Ne, he fucked up. Lul, die Hitboxen sind ja übel broke. Ich stand daneben und wurde gehittet. Lul? Ich hab sie grad ultra gedodged. Ich hab keine Lust, dass der Lulis denn nicht gankt. Nein. Nein, Lul. Einfach nein. Oh oh. Anivia, du bist Rap. Und du wie bist denn der Lulis denn? Das ist ja ein Beordrück. Oh lecker-damage. Oh... Schiep! Oh lecker-damage! Jawoll! Moment Ja Ich bin der Kali-Gott Heilige Scheiße Outplayed, Bitch Stieeeell Bin ich leider noch nicht level Alter Ist halt heftig gewesen Heftig, dick Kat, das war einfach heftig Wie läufts bei dir? Weißt du was deine Ult ist? Ich glaube dann hat er Damage Reduction So ein Feld Nein, seine Ult Mit dem Mist Mit dem Mist Nein, doch nicht Mist Na, Nivea? Habe ich dich ziemlich geböllert? Nein Ja Schön Wo ist der Liss denn? Der war oben bei mir jetzt Wo ist er lang? Er ist hier Er ist hier Boots Schlitz Boosted Ah, lecker Schönes Gunblade Auf den Nacken Lecker Nivea Nivea Oh, Nivea Was machst du, Leona? Was machst du, Leona? Weplayed Auf den Nacken 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 Schlitz! Schlitz! Boom! Schlitz! Ah, geil. Lol, gewonnen. GG! Das Game, das war lecker. Oh, ich hab ne Kiste! Nice! Was hab ich? S-! Jawoll! Das ist ein schönes Game gewesen. Gut, Nico, dann würde ich mich mal bedanken bei Ihnen für die souveräne Partizipation. Gut, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein, und tschüss! Tschüss! Tschüss!